Die Werkzeuge, die wir vornehmlich bauen, sind sehr sehr komplexe Werkzeuge. Die sind extrem präzise und das muss einfach auch die Fräsmaschine leisten. Und weil die Werkzeuge an sich nicht nur präzise, sondern auch von der Art her sehr variabel gestaltet sind, brauchen wir eine unheimliche hohe Flexibilität von den Maschinen. Das sind wir bei Hermel jetzt am besten immer mitgefahren. Ja, wir haben uns für die Hermel Maschine entschieden, weil wir halt schon einige im Einsatz haben. Wir sind von den Qualitäten und von dem Einsatzbereich speziell auch den wir hier brauchen sehr überzeugt. Dementsprechend können auch unsere Mitarbeiter oder haben wir halt eben dementsprechend auch bei unseren Mitarbeitern eine höhere Akzeptanz für die Maschinen. Ja, das zum einen. Und zum anderen, das ist natürlich auch noch mal wichtig zu diesem wirtschaftlichen Aspekt, den man als Unternehmer ja auch nie aus dem Auge verlieren darf, was ja eigentlich an erster Stelle steht. Aber die andere Komponente, Mitarbeiter, Bediener an der Maschine, darf ja nicht unterschätzt werden. Das ist natürlich auch noch costs. Und das ist natürlich auch noch mehr, ich freue mich sehr vielsichtig. Und das ist natürlich auch noch ein paar Fotofatoren. Tag, wie ich glaube, dass du nicht mehr als mich verliebt hast. Und du irgendwann mal aus dem Auge verlierst du dir, dass du nicht mehr so eine